91 Jahre war sie alt, als sie im Jahr 1990 17.000 Unterschriften für die Aktion Schwerin muss Landeshauptstadt werden sammelte. Die Buga wollte sie unbedingt noch erleben und eröffnen. Doch im November 2005 starb Schwerins berühmteste Blumenfrau Bertha Klingberg. Heute sitzt sie in Bronze gegossen auf der Mauer am Burgsee und blickt liebevoll lächelnd auf den einstigen Buga-Eingang, der heute ihren Namen trägt. 116 Jahre wäre sie in diesem Jahr geworden.